Power Start Episode 8 in Forge of Empires Ich kann es kaum glauben. Ich schaue gleich nochmal genau hin. Aber es stimmt tatsächlich. Es ist Sonntagmorgen, 7.30 Uhr und statt gemütlich im Bett zu schnarchen, sitze ich bereits am PC, sammle die Nachtproduktion ein und starte alle Produktionen neu. Für eine Quest bauen wir zwei Triumphbögen. Diese bringt immerhin 20 Kalkstein, den wir nicht produzieren können, aber für Verhandlungen dringend brauchen. Für die nächste Quest infiltrieren wir einen Sektor. Danach sollen wir einen Forge-Punk kaufen, den wir auch direkt einsetzen. Letztlich tauschen wir mit dieser Quest einige Münzen gegen einige Vorräte. Nicht übermäßig lohnend, aber auch nicht schlecht. Bisher konnten wir jeden Tag die Taverne etwas ausbauen. Die Ereignisse tragen ebenfalls einen kleinen Teil dazu bei, dass wir immer genügend Ressourcen haben. Vorhin hatten wir im Technologiebaum eine Erweiterung bekommen, die wir nun auch platzieren können. Die Triumphbögen brauchten wir nur für die Quest, also kommen die wieder weg. So gewinnen wir den Platz, um ein veraltetes Produktionsgebäude nochmal zu errichten. In der Hauptquestreihe hinken wir stark hinterher. Deshalb bekommen wir überraschend eine Quest, die ein letztes Mal, dieses schon abgerissene Bronzezeitgebäude verlangt. Nach und nach ersetzen wir alle Wohngebäude durch Cottages. Das maximiert die Bevölkerung auf dem gegebenen Raum. Weiterhin gehen alle Forge-Punkte in die Forschung. Das erfüllt eine Quest und bringt eine zusätzliche Erweiterung. Soweit möglich nehmen wir auch die nächsten Quests an, was schließlich zu 40 Diamanten führt. Es ist großartig, dass man in diesem Spiel die Premium-Währung Diamanten bekommen kann. Damit kann man beispielsweise zusätzliche Erweiterungen freischalten. Mehr Platz ist immer von Vorteil. Erneut kommen wir bei den Quests gut voran und können auch in der Hauptquest etwas aufholen. Auch heute steht wieder eine tägliche Herausforderung an. Die meisten Aufgaben erfüllen sich quasi nebenbei von ganz alleine. Nur am Ende werden die 20 Güter teuer werden. Über den Tag verteilt kommt immer mal wieder ein verhandelter Sektor dazu, ebenso wie ich die Güter erhandeln kann bei Gilden, denen ich immer mal wieder kurz beitrete. Auch in der Forschung geht es langsam voran. Es sind viele kleine Schritte. Langsam erreichen wir das Ende unseres Anlaufs. Ab Dienstag muss diese Stadt bereit sein, sich durch die Gildenexpedition zu verhandeln. Für die heutige Herausforderung gibt es nicht die erhofften Forgepunkte, sondern eine Dekoration als Teil eines Gebäudesets, das wir vielleicht einmal errichten, wenn wir die übrigen Teile auch noch bekommen sollten. Es wird noch viele weitere tägliche Herausforderungen geben.